Alle, die gern auf Zombies und den Epic Games Launcher draufhauen, können jetzt frohlocken. Dead Island 2 ist ab sofort auch auf Steam erhältlich. Und zum Re-Release kriegt's auch gleich noch ein neues DLC namens Zola, benannt nach einem fiktiven Musikfestival. Das geh ich jetzt mal besuchen, zusammen mit Sterzig und Pappi. Der Eintritt kostet euch allerdings ein Abo. Also Jawoll. Was ist eigentlich? Ich hab' ihr hört, der Kuczynski soll auch spielen heute. Wirklich? Was macht denn der? Ja, der macht so Rap und so. Rap? Ich schlüsste jetzt da ab oder Rap? Wie sie gerade umgefallen ist. So, ID-Check. Da wird überprüft, ob ihr Ideen habt. Was ich ja jedes Mal sagen muss, die Grafik von dem Spiel ist wirklich unglaublich, oder nicht? Das ist wohl wahr. Bäh! Ich glaube, wir sind Kalle auf der Spur. Oh man, was ist denn hier passiert? Ich glaub' da wollten die Leute, die... Ist das nicht so ein Ding, der Barrier-Run oder so? Das weiß ich. Ich bin schon seit 20 Jahren nicht mehr auf Festival-Gebiet. Sola! Ihr seid doch so Festival-Gänger. Es gibt doch diesen Barrier-Run, wo Leute darum kämpfen, so weit vorne zu sein wie möglich. Das ist hier, glaub' ich, passiert. Tuch. Eieieieieieiei. So, komm mal rein, hier drin ist schön. Oh ja, äh, so ist sie was denn das am Reden. Oh, schau mal, da ist einer, einer der treuen Festivalbesucher. Da, schau mal! Willi Eilich? Willi Eilich? Entschuldigung, sagen Sie, wissen Sie, wer... Ja, es ist... Er hat seinen Kopf verloren. Das tut man halt... Gut, gut. Ey, aber wir sind früh dran, das ist... Es ist noch total viel Platz überall. Sagen Sie, äh... Ja, das ist interessant. Oh Mann, Mann! Ja, äh, äh, äh... Immun! Wie? Der ist... der ist ... der ist... der... er helf mir doch mal, Freunde. Helf mir doch mal, Freunde, der ist immun! Wie, wo... kann man nochmal...? Da. Aua, helf mir doch mal! Ich hab einen Fan! Ich hab einen Fan! Ich möchte ihn nicht mehr! Das ist einer dieser Go-Ries, glaub' ich. Ich hab mich zertreten. Oh, sehr gut. Bargeld. Der hatte Bargeld dabei. Oh, okay. Das ist einer von euren Fans gewesen sein. Sind deine Fans, haben die kein Bargeld? Die haben nur Karte. Okay. Ähm. Die sind nämlich reich. Alter, das ist ja ein Riesengebiet. Guck mal auf die Karte. Wo ist die Karte? M? Ah, ja. Das ist ein Riesengebiet. This is home. Okay, wir sollen offensichtlich dahin gehen, wo die immer sagt, wir sollen da nicht hingehen. Ah, ja. So, zack. Oh. GG's. Das war leicht. Was machen wir die nächsten drei Stunden? Seit wann hab' ich den deutschen Duden als... Hallo? Den deutschen Duden? Ja, ich hab' einfach so'n Duden im Chat jetzt grade hier. Ist ja der Hammer. Dude. Deutschen Dude vielleicht. Die hat gar keinen Bock auf uns, Leute. Ja. Ciao. Uff. Ah, es ist wieder diese Zeit im Monat. Oh, ja. Oh, Scheiße. Was geht aber ab? Ich trete erstmal die Batterie weg. Ich lauf' auf der Veranda. Ein Mann. Gekommen, um sie zu holen. Es ist Sebastian Wick. Ich gebe zu, ich hab' den Charakter nur gewählt, weil er am geilsten aussehen. Es ist Sebastian Wick. Und jetzt klingt er aber am geilsten. Uh. Billy Englisch! Was ist denn, was ist denn? Oh Gott, was ist mit ihr? Billy. Billy, beruhig dich. Billy, gib mir mehr von dem, was du liebe, Mensch. Was ist denn mit ihr? Sie hat sich eingewickelt mit ihrem Dickdarm. Oh. Oh. Das ist doch Billy, oder? Ja, sie ist halt wieder sehr emotional. Die hat ihr innerstes nach außen gekehrt. Oh, nee. Flecky. Soll das jetzt so? Ja. No fucking no. Eww. Eww. Damenpeitsche. Eww. Eww. Lass sie töten bitte. Und das ist... Vor allem hat sie auch so einen Cowboyhut auf. Ja, 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 ja. Ich schieße einfach mal ein bisschen. Was ist denn so was, die Scheiße? Der Cowboyhut auf, das ist ja disgusting. Aua. Ich... Ich mach mich jetzt übel. Kann ich da jetzt nicht... Ey, ich will die doch treten. So was... Wo, was treten eh? Treten die jetzt kaputt. Töte sie. Macht ihr auch mal alle eure... eure Rage da an. Eww, weh da. Eww. Eww, weh da. Eww, weh da. Eww. Eww. Das ist für Wundfahrer Wundfahrer. Gebt ihr. Hau hier auf die Frage. Nimm die Schwester und schieß sie ins Gesicht. Chisau Bad Guy. Oh, ich bin ein bisschen angeschlagen. Wie heilt man sich noch mal? Ich kann gar nichts hören, ich schieße so laut. Ich schieße H oben was? Ah ja, okay. Ja, heilt. Es spuckt sich auch noch. Aber sie ist schon halb jetzt piechig. Schieße auf den Daumen! Treten! Ach, ich mach immer, ich mach immer mit einem Monster. Oh, gequittet. Oh, mit der ist alle gequittet. Warte, warte, ich werf Molly. Hallo? Guck mal, alles falsch. Jetzt, ja. Vieles nicht mehr. Wie die Eile, reißen sie zusammen? Oh, ja. Infizierten Wirbelsäule. Oh, ich brenne. Ich hab auch ne Wirbelsäule. Noch. Ach, das war gar nicht die vom Funk. Das war nicht die vom Funk. Ja, vom Funk. Okay, wir können hier. Guck mal, wir können hier an die Tür. Komm mal her, komm mal her, komm mal. Geht's weiter. Geht jetzt was? Ah, ja. Tür auf. Warte, ich geh vor, ich geh vor. Warte mal. Ey, 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 ich will auch mit. Ach so. Das ist so kompliziert ist es gar nicht. No Photographs, no Filming, no Selfies. Leafy Slays. Treibgas. Das ist doch verboten. Ah, hier geht's in den Keller. Okay, dann können wir gleich gern hin. Nagelmagazin. Alter. Wo ist das aus dem Nagelmagazin? Ja, das sieht schon fast aus. Vor allem in so ner. Ah, jetzt haben wir die Bustür aufgemacht. Nee. Doch. Ach so, ist das hier die, die Hälfte des Busses gehört jetzt? Hm. Ist so ein Wohnwagen hier. True. Hm, hat sich vorgebaut. Wir müssen aber hier in den Keller, wie es aussehen. Sprich mit der unfreundlichen Frau. Ist die jetzt noch? Jetzt entspannen sie sich. Ich komme in Frieden. Ich glaub die erst mal aus hier. Ich komme in Frieden. Schlechte Vibes starten. Siehste? Guck mal wie ich das regle. Mhm. Wie ist das regle? Wie muss ich das reglen? Wo reinsteigen? Nee, die ist verrückt. Oh. Soll ich sie jetzt mitnehmen? Nein, sie musste hier bleiben. Okay. Start vom Anfang. Wie ist das? Ich werde mich nicht glauben. Ich versuche mich. Ich versuche mich. Ich versuche mich das ganze Leben. Ich habe versucht mein Leben. Leute wie dich nicht wollen. Sie wollen mich. Sie wollen nur alles normal sind. Ja, ich habe das nur geändert. Ich habe das schon gefangen. Ich habe mich schon geboten. Ich werde mich mit dem zu machen. Hitte mich mit dem Rhythmstick. Das war Laura Wendler, Laura Wendlers neuer Song. Ja, es ist wieder ein riesen Gemäste. Es muss die Wendler gewesen sein. Wie sind das denn auch so im Vordergrund stehen? Kann man sich umschauen, ne? Noch nicht, noch nicht. Okay, Grace. Well, I am gonna investigate. Ich starte die Untersuchung. Oh baby, I can move parts of my body to the beat like you wouldn't believe. Don't worry about me. Also... Indie Zone geil. Ja, wir sind drei von denen. Anscheinend... Anscheinend gab's irgendeinen... Für alle Leute nochmal... Irgendeinen Laut... Bei irgendeinem Konzert mit 30.000 Leuten... Gab's einen übel heftigen Beat aus irgendeinem gläsernen Lautsprecher... Und alle haben sich gleichzeitig gegenseitig die Hölle heiß gemacht. For some reason. Okay, sie sagte, wo ist man denn ins Indie? Es gibt jetzt zwei. Wir können in die Indie Zone oder zum Fusion Point. Ja, ja. Ich bin für Indie Zone. Indie ist am ehesten meins. Sie meinte, Indie Zone, da war das mit den Lautsprechern. Ja, dann lass da hin. Erstmal Fusion Point oder erstmal Indie Zone, was sagt er? Im Zweifel immer Indie. Fusion Point ist hier direkt. Ja, dann geh mal, wenn das direkt da ist. Ja, dann geh mal rein. Oh hier, kann man das Ding nicht irgendwie... Es sieht das richtig geil aus. Kann man das irgendwie nehmen und den... Was ist das da vorne? Ich lass den entgegentreten. Da wächst irgendwas aus dem Körper dieser Person. So. Das schiebe ich jetzt... Das geht bestimmt auch irgendwie einfacher. Das ist geplatzt. Wir lassen das Ding da zu dem Zombie rüber treten. Warte. Oh, oh. Toll. Na toll. Ganz toll. So ne Scheiße. Jetzt hab ich euch den Spaß versaut. Ich verstehe das schon. Kann man das hier kaputt machen? Oh, guck mal hier. Das explizit ist. Oh mein Gott. Jetzt bleibt bitte vorsichtig. So, keine Munition mehr. Ich muss wohl an den Frequenzen drehen. Ich drehe hier mal an den Frequenzen. Kann doch wohl nicht so schwer sein. Let's hear it. Ich kurbel. Okay. Weeeee. Oh, da kommen sie. Okay, aber die kommen jetzt an und wollen an den Sound klutschen. Wo ist denn diese Lanze von her? Oh, die Zombies kommen jetzt alle hin. Kann ich der nicht irgendwie... Oh, 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 wow. Hallo. Hier ist der entfernt. Ich will noch dieses... Schwer... Ich brauche ihn. Ich brauche ihn. Er ist die Huhn gegen meine Briege. Scheiße. Okay, dann halt. Dann halt das. Ich mach ihm grad richtig schön... Richtig schön damage. Und dann ist der Rad vorbei. Nein. Oh, der eine explodiert glaub ich gleich. Oh, meine Gesundheit hat wieder gelissen. Oh fuck, ich bin flammiert. Ich bin flammiert. Ich muss kurz anders machen. Oh, ist so schnell. Macht eure Raserei, die knallt. Ja, die hab ich grade schon. Ich hab ihn gelöst. Ich hab ihn gelöst. Warte, 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 warte. Ich komm demnächst, wenn die hier mal alle tot sind. Hilfe! Hilfe! Warte mal! Ich musste hier gerade mal wegfliegen. Kann ich nicht da... Ah ja, es geht. Es geht. Ah, jetzt hab ich mich für dich geopfert. Oh. Oh. Egal. Ich opfer... Ich opfer mich. Oh, jetzt bin ich da. Oh, jetzt bin ich da. Komm wir tauschen. Ich komm wir tauschen. Äh, warte. Äh, brother. Äh. Warte, ist nicht so einfach. Äh, die platzen mir in die Fresse. Ja, 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 jetzt weißt du mal, wie es mir geht. Oh, mein Arsch. Bitte. Sir. Lassen Sie dies. Hier, ich hab früher die mit meinen Tritteln. Du sollst nicht tanzen. Du sollst mich retten. Nee, ich hab ihr ins Gesicht getreten. Dankeschön. Es tut mir leid. Da bist du wieder. Okay, was ist das? Ich hab Schlagringe, die, äh... Wie insulieren wir die? Wie insulieren wir die? Wie insulieren wir die? Die Feuer machen. Vielleicht sollen wir einfach nur die Zombies geben? Die Vibrationsgeher. Ja, vielleicht müssen wir aber nur die Zombies umbringen, die jetzt nicht kommen. Wahrscheinlich, ne? Neu, dir? Aber ist ein heftiger Beat. Was ist denn mit dieser Kugel? Was macht man da erzählen? Was macht man da erzählen? Was ist denn mit dieser Kugel? Was macht man da erzählen? So. Oh, die sind... Finger sind da... Oh, Mann. Mach sie alle. Du sollst sie alle machen. Ich weiß nicht, was das heißt. Wo seid ihr alle? Ach, da hinten. Freunde, wartet auf mich. Ich werd hier von so einem bespuckt. Warte doch. Oh. Warten sie. Ist sie jetzt wieder da drin? Oh, oh. Ja, ich weiß nicht, was das heißen soll. Mit mach sie alle. No? Hm. Ich glaub hier... Ja, weiß ich nicht. Müssen wir den... Den Dick noch fertig machen? Somit konnte man nochmal Sachen schmeißen. Kannst du vielleicht die Kugel schmeißen auf, Leute? Yo. Quatsch brauchen. Kritisch, 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 kritisch. Ich schubsen. Ui. Aha, okay. Verwutbar! Rauch! Krippel den weg. Raserei bereit. Ich werf die ab mit dieser Fähne jetzt, ey. Ja, der ist kritisch. Gib ihm. Nullab. Okay, wir haben sie. Suche ihn. Ah, ja, das hat geklappt. Okay, hab sie. Nutze die laufende DJ-Anlage. Warte auf schlechter. Okay, komm. Schlechter. Wir sind die schlechter. Okay, ich hab jetzt die Kugel. Was passiert jetzt? Jetzt sind wir high. Oh, wow. Ähm, was did I do? Hallo? Was sieht das jetzt? The rhythm. It's a pattern. Or a language. And, äh, who are you? Compelling. Kruschender. Ist euch auch so schwummig? Äh, bist du Billie Eilish? I'm investigating a weird sound. Turn people into zombies. Are you part of that? I'm recording. It's a recording. How do I stop it? No, I've recorded it. Take it. Hey, are you texting me from the spirit realm? Are you high? It's vital if you find the other pieces. Restore the beat. Wait. Do I know you? Okay, damn it. Everything has to be so fucking weird. Grace, we have to talk. Everything is really fucking weird. We have to talk. I know. Weird speakers, we are glowing shit. Weird sound. Weird sound. In your head. It's kind of like I was dripping balls. You see anything like that? No, but... This place, it's special. I've mapped it all out. Strange things have always happened here. Oh, yeah. Great place where we're going to go. I warned them. They called me crazy. Now they're dead. Right. Well, I don't think I want to talk to something about this woman. And on the main page. No, it's still there. It wants me and it's getting stronger. Then the sooner I go, the better. For me and you. Head through the eco village. But it won't be waiting. Eco village. Yes. Okay, we're going to go in the eco village. Yeah. Because I always have too much money, man. Also, really. Fuck, fuck. Ich haue nur noch. Ich haue nur noch. Ich habe einen Schlaganfall. Oh, fuck. Die ist laut. Alter, die ist übel laut. Danke fürs... Danke fürs Anschließen. Die hat ganz übel den Ausraster geschoben. Uh. Ich habe halt auch gar keinen Mundi mehr, ne? Wie sieht das für euch aus? Ich habe hier so gut zu werden. Das ist mega stark. Aber auch gleich wieder. Nee, ich muss jetzt reinhauen. Ich habe halt nichts mehr zum Ballern. Ei, ei, ei. Weil gar nicht mehr zum Ballern. Oi, oi, oi. Okay, das Ding ist super. Aber alle. Hier ist ein Streitkolben. Ich verstehe halt gerade noch nicht. Moment, ist das... Nee, ich will doch hier den Streitkolben. Nee, ach, der ist... Viel schwächer als das, was ich hier habe. Ja, man muss halt schon, glaube ich, in erster Linie prügeln. Der Triligo-Village. Dann machen wir lieber schnell wieder zu, bevor dieser Dicke da kommt. Also nicht der Sterzig, sondern der... der dahinter. Ich? Hehehe. Wölfer. Komm. Ich block dich. Äh, wie seid ihr hier rübergekommen? Äh, da gibt's ja noch... Oh! Also hier drin nicht. Alter. Das war knapp. Alright. Oh, da kann man... Da kann man bestimmt noch Zombies reinschmeißen. Ich hab mich hier gerade im bestehenden Wasser. Oh, was passiert jetzt? Komm, ich schüpfchen jetzt alle hier in den Ventilator. Äh. Ey, das mach ich. Hier ist ein Knopf. Ich drück ihn. Der läuft ja schon. Rein da. Oh mein Gott. Mach die zu hack. Rein da. Rein da. Ah ne. Die müssen alle auf der anderen Seite rein. Auf der anderen Seite. Kommt die doch hier. Gehen die auch rein. Nein, nein, nein. Nein, okay. Die gehen nur von der richtigen Seite an. Nicht anziehen und rein. Ui. Iiii. Iiii. Ist das scheiße. Rein. 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 Oh. 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 Let's go. Eiii. 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 Nicht anzünden. Jetzt nicht. Na schön. So. Schön mit Gehen. Aua, Aua. Oh je. Ein Health noch. Sehr schön. Ach, man kann die, man kann doch auch so einen Dropkick machen, ne? So, hier. Eda, rein! Vorbei! So, rein mit dem! Ah, vorbeigeckt! So, der rückt rein. Ist auch einfach so eine Mission, da fragt man sich so... Nein, ach ja. Oh, da habe ich. Zack! Oh, hier ist wieder so ein Gewandener. Ah, vorbei! Ach gut! Ich bin doch reingegangen. Was explodieren da? Ich bin doch nicht reingegangen. Auf der Oberfläche eingeschlagen. Hey! Was ist denn in Ruhe? Uah! Ei, 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 ei! Nicht mehr viel, nicht mehr viel, Leute! Oh, ich krieg dir was auch nicht vorbei. Oh, das Ding flügt schon. Hey, ja, 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 ja. Ja, 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 ja schweißen funktionierte nichts ich drehte mich um und alles war Prozent 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 überwärts aus wie nach einem Tag das wird auf mich auf in einer Kulette und er wird jetzt auch was aus GD Eeeh! Ohhhh! Okay, Ryan rieb dich um! Hau, Ryan! Boah, ist der stark! Also bin ich stark! Sind wir stark! What the fuck? Ja! Rein, Ryan! Eeeh! Ja jetzt ist er draus! Wo geht er nicht einfach rein? Da seid ihr! Ja man, so sehen Leute aus, die noch nicht gesuppt haben! Das sind Lundzaps! Das ist klar! Oh, komm mal! Ei, 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 mach dir noch mehr von denen! Alle Lundzaps meine 7 in den Chat! Ja, der taucht jetzt ab! Okay, hol dich schon! Erstmal weg! Erstmal gar kein Bock! Ich mach hier meine, meine Raserei! Wo war die sowas? Da! Ah! 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 Ich rass die einfach weg! Das war nicht so schwer! War's das? Was? Töte die schaurigen 2! Äh! Wenn ich euch töte... Kommt der nächste! Ähm! Schöne! Schöne! Oh! 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 Ich komme! 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 Ja! Der ist jetzt einfach wieder... Der zerfällt dann! schütte 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 alles schon doch einfach achso Gar nicht, was mit mir überhaupt geflogen ist? Mir ist voll rangehaft. Wann soll der? Ja, äh, ich hab ein richtig Hermann vergessen, oder? Du bist die eigentlich schon tot tot? Ja, ich hab ein bisschen… das Gefühl. Ja, ja, das ist jetzt ein bisschen… das gefahren, oder? Ja. Ja, ich hab noch gar nichts machen lassen. Ja. Was soll ich denn jetzt annehmen? Ja. Was soll denn jetzt nicht mit dem? Weg mit dir! Oh, ich hab den einen weggestompt. Ja, der eine... Wir müssen ja safe irgendwas mit dem machen. Oh, jetzt lieg ich ein bisschen. Ich hab ein Problem. Alles gut, ich bin bei dir. Dankeschön! Oh, ich hab ne richtig krasse Erwurschaft bekommen. Ich springe jetzt an. Ja. Diese Dockkicks sind schon sehr lustig. Ja, das ist schon komplett dumm. Ja, muss ich auch Schaden machen. Mein Lieber. Oh, ich hab's gefunden. Jetzt ist er verwundbar, jetzt ist er verwundbar. Und dann eiert er so weg. Wenn er auf dem Boden kniet, dann haben wir ihn so richtig geil verwundbar gemacht. Da ist er wieder. Okay, jetzt wird er jetzt nur noch mal. Uuuuuh. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. 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 Gut, scheiße. Oh, das macht er. Oh, jetzt. Lass er weg. Ich komme. Ich lik ab. Jeile. Du läckst ab Ich bin entflammt und gestorben Ich brenne, ich sterbe Hilfe, ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir Ich habe fallen und ich kann nicht aufkommen Ich habe fallen und ich kann nicht aufkommen Er ist gleich down, wir haben ihn gleich Ich klaue in der Zeit noch ein bisschen Sachen Hey, wir haben ihn schon mehrfach getötet, oder? Nein! Hey, der kommt immer wieder Jetzt haben wir ihn Ja, und jetzt kommt er wieder Nein, das war's Hey, das ist jetzt... Kacke am Lampfen Wir haben zwei gekillt Was? Was? Da blöde Sauda Ausgeblähte Min Warte mal, das war nicht die Hauptbühne, die wir da eben hatten? Welche Hauptbühne? Nein, nein, nein Wir sollen ja die ganze Zeit zur Hauptbühne Hey! Wir sollten doch jetzt erstmal durch das Ico-Dings durch So, das ist doch die Hauptbühne Das sieht hauptbühnig aus Wenn ihr wissen wollt, was uns da auf der Hauptbühne widerfahren ist, dann schaut doch mal auf Twitch.tv slash Siegesmund vorbei Da gibt's noch den kompletten dreistündigen Stream mit uns dreien zum Nachholen Oder aber ihr kauft euch Dead Island 2 jetzt einfach auf Steam und spielt das DLC selber So, vielen Dank fürs Zuschauen und euren Support Ihr seid die Besten Ich bin der Fabian Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao